Hi meine Lieben, ich wieder zurück und zwar geht es weiter mit dem 10 Fakten Video. In diesem Video geht es um Lena. Wie auch in den anderen Videos werde ich nur die Fakten aufzählen und wer spezielle Fragen hat, gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lena liebt Bücher. Der zweite Fakt ist, sie liebt ihren kleinen Bruder Louis über alles. Der dritte Fakt ist, sie geht ab August endlich in die Kita, da freut sie sich schon total drüber. Nummer vier ist, sie mag alles, was lila ist. Nummer fünf, sie isst wirklich alles. Die Nummer sechs, sie guckt im Moment abends immer die Biene Maja. Nummer sieben, sie geht im Gegensatz zu anderen Kindern, geht sie abends total gerne ins Bett. Nummer acht, Lena geht schon reiten. Nummer neun, was ihre Haare angeht, ist sie wirklich eine kleine Prinzessin. Das muss immer alles super schön aussehen. Und Fakt Nummer zehn ist, bevor sie abends einschläft, beziehungsweise bevor wir abends rausgehen, wird sie immer noch von oben bis unten einmal durchgekillert. Das heißt, ja, wie so eine kleine Kindermassage. Ja, ihr Lieben, das waren Lenas zehn Fakten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!